Hallo ihr Gwerlinge! Wie ist in seinem Apartment der Ventilator? Läuft, er hat geduscht, er hat zu Abend gegessen, er ist nackig, er geht schlafen. Das Schlafen habe ich absichtlich nicht in die letzte Episode bzw. in die Zeit zwischen den Episoden gepackt, weil ja manchmal morgens früh nicht nur der Wecker, sondern auch das Telefon klingelt oder das Hirn überrascht. Implantat. Und dann gehen die Dinge plötzlich los, ohne dass ich sie noch beeinflussen kann. Aber das ist diesmal nicht der Fall. Wir können also in den neuen Tag starten. Es ist 6 Uhr 2. Unser Wie ist immer noch ein richtiger Frühaufsteher. Ich bin wirklich beeindruckt, dass du hier ohne Decke schläfst und dass du jeden Morgen um 6 Uhr wachst. Das könnte mir nicht passieren. Dann werden wir dich in Schale werfen und werden dann beginnen, draußen die Nachbarschaft sicherer zu machen. Jetzt bin ich wieder am suchen, wo das eigentlich war. Hier war das. Zieh dir ein Höschen an. So, okay. Und wir nehmen die Schuhe. Die waren wir bisher am besten gefallen oder am wenigsten nicht gefallen. Und dann bleiben wir bei unserer Standardklamotte. Na ja, gut, du solltest vorher noch ein Hemd anziehen. Das kriegen wir aber hin. Da krabbelst du irgendwie mit rein. Wobei, was haben wir denn hier für ein Ding? Ach, heute nehmen wir mal das. Weil heute heute ist. Und eine Kappe nehmen wir nicht. Eine Maske nehmen wir auch nicht. Und hier Spezial. Achso, Kleidungssets gibt es auch. Ah ja, haben wir nicht. Nehmen wir nicht. So, dann bin ich darauf hingewiesen worden, dass hier oben das Gewicht vor allen Dingen auch mit den Granaten zu tun hat. Und deswegen würde ich ganz gern mal ein paar Sachen hier weg tun. Oh, hallo. Hier, Lager öffnen. Granatos. Wie geht das? Das ist ja ein Verbrauchsgut, richtig? Sind Granaten ein Verbrauchsgut? Ne, sind es nicht. Sind das? Ja, Granaten in meiner eigenen Kategorie. Also, diese Spätagranate hat schon mal ein Gewicht. Da würde ich mal sagen, brauchen wir nicht. Da können wir also... Also, eine reicht eigentlich. Ja. So, hier Auflehrungsgranate. Da reicht auch erstmal eine. Hier reichen. Also, es reicht überall eine. Punkt. Und dann sehen wir... Das wäre schon sieben Pfund oder Kilo. Wahrscheinlich Pfund. Wobei Kilo... Ne, Pfund wären auch zu viel. ...gespart haben. Wir haben noch ein paar Waffen hier. Die Messer hebe ich ja auf, weil wir jetzt Tomahawk haben. Hier haben wir noch ein paar zu... ...zerlegende Sachen. Da müssten wir mal das Lager verlassen. Das macht keinen Sinn. Das einzulagern. Das wird jetzt geschrottet. Da haben wir... ...mit diesem runden Ding unten. Das mache ich in der Regel immer kaputt. Weg damit. Dann haben wir hier... ...ne Handfeuerwaffe. Das ist Unity. Blau selten. Behalten wir mal. Das ist unser... ...unsere leichtes Maschinenpistolen-Gewehr. Maschinenpistolen-Gewehr. Genau. Das ist episch. Haben wir noch nie benutzt. Sturmgewehr. Sturm-Gewehr. Handfeuerwaffe. Unsere Diagnite. Die hier brauchen wir nicht. Die geht jetzt weg. Fertig. Smart-Maschinenpistole. Das ist eine Smart-Waffe. Aber ehrlich. Weg. Schrotflinte. Weg. Wir haben noch einen Revolver. Weg. Weg. Und ich glaube, so lassen wir das erstmal. Wobei, diese Waffe könnten wir eigentlich einlagern. Mit blauer Unity. Wer weiß, ob wir die nochmal brauchen zum Basteln oder so. Ich sag mal, du gehst da rüber. Und dann sind wir nur noch bei 64. Okay. Also ja, mag sein, dass ich jetzt irgendeine Waffe zerlegt habe, die vielleicht gar nicht so schlecht war oder besser als alles andere, die ich noch im Repäck habe. Aber ich spiele auf normal und wir finden dauernd Waffen. Das geht schon alles irgendwie. Ist es schon hell draußen? Aber durchaus. Was haben Küche und Keller zu bieten? In den Keller dieses Apartment-Blocks möchten wir nicht gehen. Aber wir möchten auf jeden Fall etwas futtern aus den Verbrauchsgütern. Womit kann man denn einen Tag gut beginnen? Kaktussaft. Klingt ein bisschen nicht ganz so ungesund. Wir haben sehr viele Getränke. Wir haben wenig zu essen, finde ich. Was ist das hier? Das ist auch ein Milkshake. Das ist super. Soul Hygur. Ist alles, was zu trinken. Das ist. Enthält noch mehr Farbstoffe als der führende Wettbewerber. Ist es mal. Jetzt mit noch besserer Reistextur und nicht giftigen Farbstoffen. Das scheint eine Art Sushi zu sein. Da steht Migiri Sushi auf der Verpackung. Sushi zu frühstücken? Na ja. Dann trinken wir jetzt eine Milchshake hinterher. Hallo? Hast du jetzt einen getrunken? Weiß ich nicht. Weg damit. So. Und ja. Also ich kann die ja auch aus dem Vollen schöpfen. Eigentlich. Und weil das alles so widerlich war, trinkst du noch ein Glas Wasser. Okay. Das war jetzt eine komische Mischung. Es tut mir leid. Deine Toilette wird sich bei dir bedanken. Aber das schneide ich raus. Keine Sorge. Was machen wir jetzt? Ich habe... Was war das? Hier explodiert irgendein... Müllhaufen. Mensch. Das warst du. Oh. Schick. Ich habe vor, meine Schulden bei Victor Vector zu begleichen, weil sich das lohnt. Und mit so vielen Eddies möchte ich nicht rumlaufen. Wenn ich Schulden habe, dann soll lieber sich Victor Vector die klauen lassen. Also hier. Besser... Oh. Besser. Spät. Spät. Hallo? Spät als nie. Ja. Das ist etwas, was wir machen können. Auf jeden Fall erstmal per P. Das dahin laufen. Das ist kein Problem. Wir haben dann da irgendwas. wieder am Hafen. Und hier drüben auch nochmal. Ich denke, da wir am Hafen schon gewesen sind. Und ja, wir gehen da natürlich wieder hin und so. Alles klar. Aber nachdem wir Victor Vector besucht haben, gehen wir mal hier so in dieses Viertel. Das ist ja schon Kabuki. Genau. Das ist dann nicht mehr Little China. Das wäre dann Kabuki. Wobei, wenn wir Little China tatsächlich nur noch dieses eine Ding hier haben, muss ich mich gerade korrigieren. Dann machen wir erstmal Little China sicherer. Also Victor Vector und dann gehen wir mal da hin. Mal gucken, was das ist. Vielleicht verschwindet es auch wieder. Und dann vielleicht zu diesen Überfällen da. Und dann ist der Tag wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Zumindest die Episode. Ich schaffe ja immer zwei Episoden pro Tag. War bisher so ungefähr der Takt. Das passt gleich für jemanden im Hintergrund. Macht der Werbung? Oder gibt er mir seine Kreditkartennummer durch? Und ja, diese Box besser habe ich auch noch. Aber wie gesagt, kein Bock drauf. Solange in der Realwelt die Fitnessclubs geschlossen haben, habe ich kein Grund hier laufen. Was, hier rein zu laufen, wäre ich nur eifersüchtig. Wir kommen bei den N54 News aus aller Welt. Hallo, Welt. Wissenschaftler von Biodine Systems haben einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantatechnologie ersetzt. Experten bei Biodine ist es gelungen, Langmiden zu entwickeln, die durch eine Injektion ins Rückenmark konstante Langzeitwiederherstellung des Nervengewebes ermöglichen. Die Kosten dieser modernen Behandlungstherapie werden mit um die 700.000 Euro Dollar pro Monat beziffert. In den Überwesten von Atlantic City tobt das Deponie... Das ist ja günstig. Das heißt, wenn da eine Krankenversicherung einen Multiple Sklerose-Patienten hat, der eine solche Behandlung einfordert und weniger als 700.000 Eddies pro Monat bezahlt, dann wird Selbiger schön bald einen Unfall haben, meinen Bedauerlichen. Wow, geile Tattoos. Was war denn das für ein Arsch? Okay, jetzt weiß ich mal, wie es den Fußgängern geht, wenn ich da langfahre, aber es war schon verschärft. Werde hier auf dem Bürgersteig, werde ich ja fast mitgeschniffen. Ich hatte gerade ein bisschen... Ach nee, ich heile noch, oder? Ach stimmt, ich habe ja noch diese... Ah, guck mal, was ein gutes Frühstück wert ist. Das war's, was eure Mutter euch immer erzählen wollte. Geh gut gefrühstückt aus dem Haus. Wenn du auf dem Bürgersteig angefahren wirst, dann heilt's gleich wieder weg. Wenn du nicht gefrühstückt hast, dann heilt's nicht wieder weg. Was seid denn ihr für Vögel hier? Steht auf der Treppe, Mensch. Vorsicht. Geh mir aus dem Weg. Guck mir nicht an. Lebe auf einem anderen Planeten, bitte. Ja, komm jetzt hier, das dauert nicht zu lange. Walk, don't walk. Walk, komm. Grönhosen Träger. Oh, da ist ja Victor Vectors Putze. Ähm... Wo war der Eingang? Der Eingang war durch... Mistis... Bude. Ah, das ist hier hinten um die Ecke, glaube ich. Wer pennt immer noch? Willst du? Bist du etwa auf dem Weg? Hallo, Misty, grüß dich. War ein Schlag halten, komm. Seit wann hast du solche Freunde? Vom ganz frühe, ist jetzt auch egal. Du hast die Karten von Jacky, oder? Ich setze mich dann dabei hin. Ne, das haben wir gerade gerade in der Zeit. Also, äh, hallo Misty, ja. Alles klar, aber ich möchte mich jetzt da nicht hinsetzen und mich betuddeln lassen. Okay, äh, da unten müssen wir hin. Hier wurde in den Kommentaren auch gesagt, dass es hier irgendwo ein Aufzug wäre. Und da könnten wir aber nach oben fahren. Rein aus Neugier. So, Victor Vector, bist du... Ähm... Bist du da überhaupt? Ja. Hallihallo. Wie läuft der Laden? Können mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Wie kann dein Gejammer gut ab? Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Was mich ein bisschen bei dir irritiert, ist die Tatsache, dass du selber sehr gerne Implantate verteilst, aber selbst offenbar gar keine Implantate hast. Gut, bei der Hand bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber alles andere, inklusive Augen, scheint doch noch sehr natürlich zu sein. Und das gibt mir zu denken, dass du Implantate bei dir selbst nicht benutzt, aber bei anderen fröhlich einbaust. Nun ja, hier, wie denn noch sei. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalte sie noch weh. Du brauchst sie mehr als ich. Was? Ich nehme sie nicht mit ins Grab weg. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. Missioner verschaffen später, äh, spät als nie, genau. Später besser als nie. Auswechseln. Nö, will ich jetzt nicht. Danke. Das war's. Und hier gibt's nichts Neues. Wir werden mal nach oben fahren. Tschüss, Vic. Mach ein Tud. Pass auf, nicht alles. Ich weiß, die Wurzelnrohr ist teuer. Wir gehen jetzt hier mal ganz schnell nach oben. Oh, danke. Wir dürfen nach oben fahren. Aufs Dach. Wow, die Tür geht aber schnell. Wenn er dir irgendwas einklemmst, dann tut's weh. Die Tür sieht rechts. Naja. Wobei. Da ist auch viel Kaffee dran. Uh. Ich dachte, oben wird's eher hell, aber das Gegner ist der Fall. Wo sind wir denn hier? Jetzt möchte ich hier sein. Ich weiß nicht. Dort ist Victor. Na ja, ich hab mich halt verlaufen. Hallo, Night City. Ich glaube, in diesem Monstrum wohne ich. Ja, ganz sicher sogar. Da wohne ich drin. Wow. Toll. Dokumente rum. Oh, eine Pflanze sogar. Und Kakerla. Man tanzt. Das Mittagessen ist gesichert. Kaugummi. Der ist noch frisch. Ganz bestimmt. Oh, hier wohnt jemand so ein bisschen. Also kann man so ein Blaues haben zu stauben. Auch wenn da keiner drauf passt. Jetzt will mir gerne da jemand Bonsais. Nicht auf hohem Niveau, aber immerhin. Ah. Handbuch einer Solo-Legende von Morgan und so weiter. Also später lesen. Handbuch einer Solo-Legende von Morgan Blackhand. Einführung. Du glaubst, du hast das Zeug zur Solo-Legende. Klar tust du das. Warum sonst solltest du dieses Buch lesen? Du willst Respekt. Willst anderen Angst einjagen. Und du willst ganz nach oben. Vielleicht hast du mal gehört, dass mich jemand zitierte, dass man Schlachten mit nur einem Blick gewinnen kann, noch eher auch nur ein Schuss gefallen ist. Tja, ich verrate dir was. Es ist möglich. Und du kannst das auch. Aber nur, wenn du die Eier hast, immer wieder durch die Hölle zu gehen und den Trip zu überleben. Tausende Gefechte, Millionen von Kugeln, Hunderte Liter Blut. Und Klammer auf, Deins inklusive, Klammer zu. Das ist es, was dir aber vorsteht. Außerdem brauchst du einen guten Ripper. Einen, dem du vertraust. Der dein Kumpel fürs Leben wird und der dir jede Woche auf Säue sagt, es ist ein Wunder, dass du noch nicht tot bist. Das wird er natürlich nur sagen, wenn du Glück hast. Heutzutage hält sich jedes Baby mit fetten Eisen, Sündnederjacke und Mikroraketenwerfer für den heißen Scheiß. Aber weißt du was? Nur, weil du kalt lächelnd ein paar Typen umgelegt hast, heißt das nicht, dass du ein guter Solo bist. Töten kann jeder. Ich kannte mal diesen Rockerboy, der eine ganze Konzernratten-Einheit hochgejagt hat. Hat ihn das zum Solo gemacht? Nein, nur zur Leiche. Also dann, meinst du immer noch, dass du das Zeug dazu hast, der Geschichte aller Solos deinen Namen aufzudrücken? Gut, dann ist dieses Buch das Richtige für dich. Spannende Lektüre. Wir haben ein Wickel und Zeug. Gebetskäppe. Ich glaube, er müsste es abgeben. Oh. Der nächste ist Splitter. Belzebubs Erzählungen für seinen Enkel Vor unserer Ankunft dort waren viele der damals in Babylon existierenden Wesen ob dieser Frage verrückt geworden und viele andere waren schon auf dem besten Weg dazu. Diese brennende Tagesfrage war, dass sowohl die Jammergelehrten als auch die gewöhnlichen Wesen der Stadt unbedingt erfahren wollten, ob sie eine Seele hätten. Über diese Frage gab es in Babylon alle möglichen fantastischen Theorien und immer neue wurden noch dazu gebraut und jede, wie man dort sagt, verfängliche Theorie fand natürlich ihre Anhänger. Obgleich es damals eine Unmenge dieser verschiedenen Theorien gab, so beruhten sie doch alle nur auf zwei ganz entgegengesetzten Prinzipien. Eine von ihnen wurde die Atheistische genannt und die andere die Idealistische oder Dualistische. Alle dualistischen Theorien hielten an der Existenz der Seele fest und natürlich an ihrer Unsterblichkeit und auch an allen möglichen Arten von Umwandlungen der Seele nach dem Tod des Menschenwesens. Und alle atheistischen Theorien behaupteten gerade das Gegenteil. Kurzum, mein Junge, bei unserer Ankunft in der Stadt Babylon fand dort gerade der sogenannte Turmbau von Babel statt. Dazu kann ich nichts sagen, habe ich keine Ahnung von. Aber erstaunlich, dass das hier seinen Weg in diese Stadt gefunden hat, dieser Text. Oder wer auch immer glaubte, Belzebuch zu sein. Okay, dann hier. Oder Koffer, genau, da war immer was. Scharfschützengewehr, Munition. SPT 32 Grad. Ist einer? Was ist ein? Das sieht aus wie ein Scharfschützengewehr. Das ist ein Scharfschützengewehr. Oh, hier oben hat er an Scharfschützen gearbeitet und scharf geschossen. Scharf geschossen. Das übliche einmal von oben gucken, ob ich noch irgendwo was übersehen habe, außer ungegossenen Pflanzen. Kann man eigentlich in dem Spiel auch solchen Stoffdächern? Ja, kann man. Also, wieder so ein Dachwinkel hier, wo irgendwas sein könnte, theoretisch. Oh ja. Oh, da ist leer. Das ist alles leer. Die ganzen Eckzimmer sind alle komplett leer. Interessant. So, und wenn wir jetzt irgendwas aus dem Fenster gehängt hätten bei uns, dann könnten wir vielleicht sogar sehen, wo wir wohnen. Ich würde es gerne wissen. Ich würde es wirklich gerne wissen. Aber die Fassade, oh, die muss man mal ganz dringend mit dem großen Brillenputztuch sauber machen. Mindestens. Naja, wir ziehen dann demnächst um. Oh, da oben ist auch noch was. Das sind Büros oder sowas. Also, bis der Gewirr hier diese Open World komplett erkundet hat, sind 800 Episoden mal vergangen. Mit einer länger von durchschnittlich einer Stunde. Das Radio wäre auch noch einzuschalten. Egal. Klappe kommt noch mit. Und dann machen wir uns hier von hinten. War schön, dieser Abstecher. Hat ein bisschen was eingebracht. Aber es ist keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse zu Tage gefördert. Feuerzeug. Ich hoffe, der Aufzug geht noch. Denn das Treppenhaus ist völlig zugestellt. Danke. Ja, dann auf in Richtung dieses Fragezeichens. Das interessiert mich jetzt. Wir gehen da wieder zu Fuß. Jetzt schon ein bisschen befriedet die Gegend, die wir da durchqueren müssen. Oh, roter Koffer. Achtung. Rahmen. Hey. Oh, das geht kaputt. Vorsicht. Du hast gerade eine Schlafsäule gemacht. Das ist gut gemacht beim Koffer öffnen. Da ist Victor. Hier sind irgendwelche Gestalten. Wo geht's hier eigentlich hin? Geht's hier durch? Hier geht's nicht durch. Oh, kann man das öffnen? Ah, da ist wo so ein Gatter. Ja, viel Spaß da unten. Ähm, andere Richtung. Wie kommt man hier durch, unter jemanden umzurennen? Gar nicht. Diesen Weg sind wir vor ein paar Episoden schon mal gegangen. Das guckt mir grob bekannt vor. Deswegen gleich mal ein bisschen ausscheren. War hier die Schießerei neulich? Das kann sein. Hier liegt nichts mehr. War ich ja schon? Das ist ganz übel, aber auch irgendwie nicht völlig unlogisch wäre. Das war Stacheldraht. Ist die Tatsache, oder wäre die Tatsache, wenn hier so Junk-Items einfach mal respawnen? Genug Müll produzierende Zivilisten gibt's hier, ja? Was retten denn jetzt alle plötzlich? Aber die Grünphase zu Ende. Wir dürfen nicht die Straße um. Wir müssen irgendwie unten lang. Oh, Pizza Padre. Hoff ich. Pizza Padre. Ich hab gehört, es gibt Gerüchte, dass all diese Türen, die hier verschlossen sind, so wie die gerade eben, dass die halt teilweise schon fertig waren, aber dann irgendwie nicht ins Spiel rein gepatcht wurden oder wie auch immer. Und dass das im Rahmen von Hotfixes, Patches und DLCs jederzeit kommen kann. Dass plötzlich all diese Räume begehbar sind. Zum Beispiel die Pizzeria von Padre. Und, ja, dann kann man von vorn anfangen, die Stadt zu erkunden. Oh, aha, Peste. Hey, wie? Hi. Hast du Lust auf eine gute Tat, für die du auch noch Geld bekommst? Na klar. Dafür musst du nur jemanden aus den Klauen der Tiger Claws befreien, bevor sie ihn zerfleischen. Aha. Bist du dabei? Details sind im Anhang. Und ich frag nicht zweimal. Lesen. Das ist die Quest, auf die wir gerade zuhalten. Oh, ja, bis du dann. Auftrag SOS Söldner gesucht. Ziel Ro Chivon retten. Auftragsort Tiger Claws Dojo. Hm. Brooklyn Street. Details. Der Auftrag ist dringend. Mein Klient. Mackie Dew Coolidge. Was für ein Name. Vielleicht sagt dir der Name was. Er hatte vor Jahren eine Show namens Boxsten auf N54. Sucht nach jemandem, der seinen Coach von den Tiger Claws zurückholen kann. Das Problem ist, dass sich Mackie Dew ziemlich hohe Schulden eingebrockt hat. Hat sich mit den Tiger Claws geeinigt, für einen Haufen Kohle absichtlich einen Kampf zu verlieren. Stattdessen hat er ihr Geld auf seinen eigenen Sieg gesetzt, seinen Gegner in der zweiten Runde ausknockt und sich mit dem AV abgesetzt. Ich meine, es wäre ja eine coole Geschichte gewesen, wenn du dann bei ganz schlechten Quoten dann doch gewinnst, ganz viel Kohle machst und dann aber natürlich deine Schulden bezahlst. Schulden machen und dann abhauen ist echt immer eine blöde Idee, finde ich. Von dem Gewinn konnte Mackie Dew wohl gut leben. Zumindest so lange, bis die Tiger Claws seinen Coach geschnappt haben. Sie drohen damit, ihn umzubringen, wenn Mackie Dew nicht zurück nach Night City kommt. Mackie Dew will den Tod seines Coaches nicht auf dem Gewissen haben, also hat er sich an mich gewendet. Und ich wende mich jetzt an dich. Ich gebe dir die Koordinaten durch, an denen Rotschiebern festgehalten wird. Wäre gut, wenn du das erledigen könntest, ohne den Alarm auszulösen. Geiseln und Schießereien sind keine gute Kombination. Viel Glück. Ah, keine... Naja. Sind wir Stealthy, Sneaky, oder sind wir es nicht? Sind wir. Aha. Das heißt, das ist genau die Queste, ja. Dann machen wir die mal in der Episode. Was? Dura Vaya? Oder so ähnlich? Was heißt das? Das kann ich nicht lesen, sorry. Das ist ja schon der Erste. Das ist ja schon der Erste. Heiße. Okay, also wir haben da das erste Opfer. Ums Eck. Du bist bestimmt auch nicht... Nein, du bist Patricia, danke. Wer kennt sie nicht? Und da ist noch irgend so einer... Nein, Vorsicht. Der da. Nein. Das sind Passanten. Ach, dann hat er mich auch nicht gesehen. Wenn hier Leute lang latschen, um sich einen Hotdog zu kaufen, dann hat der mich gar nicht voll genommen. Ich gehe auch mal hier irgendwo was kaufen. Um zu schauen, ob hier irgendwo jemand Stress kriegt und macht. Hier scheinen nur Zivilisten zu sein. Wir müssen hier in diesen Block rein. Wir können aber auch rundherum laufen. Oder? Man könnte diese Tür gewaltsam öffnen, aber das wäre ja eigentlich für mich besser, die Tür aufzuschließen. Warum habe ich denn so viel technisches Wissen, wenn es nicht funktioniert? Aber das wäre eine Möglichkeit, da heimlich reinzukommen. Vielleicht gibt es auch auf der anderen, auf der entgegengesetzten Seite eine Tür, die man mit technischen Fähigkeiten aufmachen kann, statt mit roher Gewalt. Gucken wir mal. Wenn ich nehme an, wir können hier genauso lang laufen. Da ist aber mehr los da hinten. Aber keine Tiger Claws. So was verkaufen wir hier nicht. Aber er hat es hier gekauft. Hat er sicher verwechselt. Ne, keine Tür. Übers Dach vielleicht? Man kann ja hier rüberlaufen, wenn man auf diesem olden Dach ist. Man kann überall rüberlaufen. Ich glaube, das ist ein Besuch wert. Hallo? Das geht nicht. Das muss gehen. Also hier in der Ecke in der Stand aufzumachen, wäre es auch schlau. Das geht vielleicht, aber ich will es nicht tausendmal probieren müssen. Also doch woanders lang. Hier habe ich es probiert, da ging es nicht. Wie sieht es in der Außen aus? Da kann man ja auch rüberlaufen, dann theoretisch. Hier, können wir hier hochklettern. Geht das? Ah, was geht? Was geht? Was geht? Das geht wohl auch. Jetzt sind wir hier auf dem Dach. Und ich habe einen Datenpunkt gefunden. Und ich will doch mal glauben, dass wir hier auch irgendeinen Zutritts... Oje, speichern. Wir sollten anfangen zu schleichen. Haben wir hier oben Kameras? Das wäre komisch auf dem Dach, sind keine Kameras. Wir haben hier aber einen Punkt, wo wir Daten manipulieren können, um uns irgendwelche Komponenten zu sichern. BD, BD55, dann kann man das obere noch mitnehmen. 551, also BD... Ne, das geht nicht. Ne, das geht gar nicht. Schade, das funktioniert nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also, vergiss es. Hier, das, BD, BD55, zack, 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 zack. Legendäre Quick Hack Komponente. Hör auf, rumzutrippeln! Und schlag zu! Schlag zu? Oh je. Ah, da drin ja welche. Die schaffe ich. Lass mir die Quere kommen. Sie verkrachten. Oh, da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera, aber die wird nicht hier raus. Genau so, Keto! Keine weiteren Leute Sichtbar an der Seite aus. Da hab ich gehst. Oh. Oh, drei. Timothy. Ja, du bist auch so ein Tiger-Claw. Du auch. Du auch. Hör auf, rumzutrippeln! Und schlag zu! Also hier machen die irgendwie Box-Training. Und so weit, so gut. Das heißt aber nicht, dass hier irgendwo auch dieser Typ gefangen sein muss. Aber auch Regina wird ihre Quellen haben. So, das ist alles Fenster. Da komm ich nicht rein. Und wenn doch, ist es auffällig. Ach, das können wir aufmachen, ne? Da ist doch schon mal die Eintrittskarte. Dieses Gesicht macht mir Angst. Hör auf! Naja, das sieht ja erstmal relativ sicher aus. Wir lassen die Typen dann draußen vor der Tür stehen. Dann glaubt jeder, da ist alles in Ordnung drin. Oh. Wie gut, dass ich dich gesehen habe. Ja, dieses Töten von oben hätte ich jetzt... Oh, du stehst auf. Und gehst weg. Das ist schön. Dann mal schnell speichern. Oh, du kommst zurück. Ah, du bist ein Spielverderber. Trotzdem speichern. Frage, gibt es noch irgendeinen Zutritt? Ich denke... Oh, weil das ist ja eigentlich das gleiche hier. Oh, scheiße. Das ist doch viel mehr. Ich würde aber gerne hier reinschlüpfen. Ah, da geht's auch. Komm mal aus. Oh, nee. Ah, Mist. Das geht nicht. Das wäre genau das richtige Fenster hier. Du machst... Oh, da ist auch eine Kamera. Oh, je, je, je. Aber du bist hier alleine. Ja. Gibt's einen auch nochmal so... Nebenflügel? Nein, gibt's nicht. Dann habe ich, wenn ich vom Dach her aussteigen will, nur die eine Variante. Andern... ...funktionieren bei mir nicht. Nein, das ist nix. Nun gut. Nochmal Spajon. Und dann werden Genehmigungen für die Implantate von den Herstellern selbst erteilt. Dabei orientieren Sie sich an Ihren festgelegten Richtlinien. Vielen Dank, dass Sie sich die N54 News angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Tage, jetzt sind wir. Äh, Alter. So, das lief schon. Warst du ein Tiger-Claw? Bin gar nicht sicher. Was hast du für einer? Du warst ein Arbeiter. Ah, Tiger-Claw. Alles klar. Oh, jetzt habe ich wieder die Falt. Ja, toll. So, ich muss nicht ganz dringend mal... ...irgendwo hinschaffen. Hier. Und dich auch. Nikola! Fühl die LARF! Ja, du hast die LARF gefehlt. Die LARF kam von hinten. Und hat sich... ...mit deinem Genick beschäftigt. So, das ist jetzt voll. Wir finden... Äh, Schema Backpacker. Was sind das? Mal wer weiß. Kaffee? Splitter. Die Ilias. Lesen. Meine Mutter, die silberfüßige Göttin Thetis, sagt ja, dass zweierlei Schicksale mich zum Ende des Todes bringen sollen. Entweder, wenn ich hier bleibe und die Stadt der Troa umkämpfe, so ist zwar die Heimkehr für mich verloren, aber mein Nachwurm wird unvergänglich sein. Oder, wenn ich nach Hause in das geliebte heimische Land zurückkomme, so ist zwar der ebne Nachwurm für mich verloren, aber es wird mir ein langes Leben zuteil werden und das Ende des Todes wird mich nicht schnell erreichen. Und da wollte ich nun auch allen anderen anraten, nach Hause zu segeln, da ihr nimmermehr das Ende der erhabenen Ilias finden werdet. Ho, mehr! Erstaunlich, so etwas hier zu lesen. Ach, dieses Gesicht, das ficht mich wirklich an. Das hat viel zu viele Zähne. Wobei, Stefan Raab hat mehr Zähne. Egal. Gott verdammt! Öffne, genau. Hör auf, umzutrisse! Schlag zu! Ist da jemand drin? Ich glaube nicht. Das könnte die Sicherheitszentrale sein. Vielleicht kann ich hier irgendwas geichseln. Oh, Euro-Dollar. Von den Tiger Claws. Ich hatte Ausgaben und zwar hohe. Ja, damit. Ähm. Hör auf, ob zu sehen! Benutzen. Verlinken. Nachrichten. Coolidge. Von Akane Kobayashi an Hane Fukuoka. Immer noch keine Spur von Coolidge, aber wir haben seinen Trainer geschnappt. Der muss ja was wissen, oder? Er spielt immer noch den Harten, aber gibt mir ein, zwei Tage Zeit und er redet. Das ist halt ein Prozess. Ich halte dich auf dem Laufenden. Aha, und Karten? Hey, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass die Verkaufszahlen unglaublich niedrig sind. Seit rauskam, dass Coolidge nicht kämpfen wird, werden jeden Tag hunderte Karten zurückgegeben. Wir müssen uns irgendwas für das Turnier überlegen oder es einfach absagen, sonst machen wir hier riesige Verluste. Sag mir einfach, wie du jetzt vorgehen willst. Dateien? Kämpfer? Joe the Ripper vs. Miyagi the Bull. Lonesome Luke vs. The Executor. Racy Rob vs. Mackie Duke Coolidge. Kammer auf abgesagt, kammer zu. Miguel Mucho vs. The Machine. Aha, lokales Netzwerk. Wir haben drei Überwachungskameras, oder was sagen wir diese blinkenden Punkte? Kann man das irgendwie ausschalten? Genau so, Kito! Schalte mal aus. Das erspart mir viel, 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 viel Zeug. Und der nächste, der hier an den Rechner dran geht. Hör auf, rupf zu Trittel! Und schlag zu! D. Den mache ich hier die Werbung für Digi-Twister auf. Ein paar Gerüchte streuen hier in dieser harten Männer-Tiger-Claw-Mannschaft. Wer guckt sich hier im Internet Digi-Twister an? Ach ja, ich bin klein und gemein. So. Äh, noch was? Ah, hier. Euro-Dollar. Die nämlich mit. Was war's wohl? Speichern! Was ist denn jetzt mal für ein Krach? Scheiße, ey. Ist doch Teppich hier. Die Kameras sind jetzt nachhaltig aus, ja? Und schlag zu! Gewaltsam öffnen. Ah, das ist ein Zutritt zu einem großen und zwei kleinen Räumen. Gewaltsam geht aber auch nicht, kriege ich nicht hin. Blocken! Höre! Gott verdammt! Hä, da ist auch... Da ist die Kamera noch an. Komisch. Habe ich nur ein paar Kameras ausgemacht, nicht alle? Offensichtlich. Ah ja, hier könnte ich Leichen ablegen. Ist hier jemand? Hier könnte theoretisch ständig jemand kommen, weil das ja die Toilette ist. Was knallt denn da ständig hinter mir? Eine Hutschachtel. 516 Euro-Dollar. Wow! Ich mag die Tiger-Claw. Sie sind so schöne Opfer. Was ist das? Ja, die Damen-Toilette. I did not write this. Oh, jetzt haben wir jede Menge Blut in dieser Toilette. Äh, dieser Dusche. Das finde ich wiederum verdächtig. Ein Konzernrock. Äh, nicht, dass hier schon jemand drin liegt. Nein, ist aber noch offen und zugänglich. Ich darf es noch füllen. Die Frage ist, mit wem? Wir könnten ja erstmal versuchen... ...versuchen. ...zu checken, ob wir jetzt das Ding... ...warte mal, erstmal Breach-Protokoll. E955 oder 55E9. Na, was kriegen wir doch irgendwie gedeichselt? Achso, deaktivieren. Ja, richtig. Achso, wir können es noch weitermachen. Und, äh, E9. Beides installiert, schön. Es fliegt immer irgendwelcher Müll durch die Gegend. So, die ist jetzt aus. Speichern. So, die Kamera ist jetzt aus. Ich wollte sie zwar eigentlich benutzen, um hier zu scannen, aber... ...und schlag zu! Äh, äh... ...da war nichts. Das war nur Blut und Schweiß, dass es euch in die Augen gelaufen ist. Der euch, das euch, wie auch immer. Blut und Schweiß, die sind 16 neue Flasen, und... ...mix es ab! Warte, nervst mich, du... ...fernseher. Hier rechts ist der andere... ...mein, oh Mann. ...ist der andere Trakt. Ich weiß immer noch nicht, wo dieser Typ gefangen gehalten wird, ist... ...oder wird. Wenn ich Pech habe in dem Raum, in den ich nicht reinkomme, vielleicht muss ich einen Schlüssel finden. So, Coach. Eigentlich müsste man die Kämpfer ja alle in Ruhe lassen, oder? Rollenspielerisch gesehen müssten die es merken, wenn da jetzt einer plötzlich weggeht. Gehst du jetzt hin? Du läufst dich hier hin, das ist schlecht. Loll so! Genau so! Geht doch! Ganz schnell. Du siehst mich nicht. Höher! Gott verdammt! Oh. Du hast eine Einladung, danke. Du hast eine Einladung, wenn ich was höre. So darf ich dich entsorgen? Machst du dich alleine wirklich? Offensichtlich. War uns back. Ihr fliegt doch seine letzte Hand. Geht doch! Er kann ich noch mit seinen Geisteskräften limitieren... Leise! Wäre der schon auf Borons Schwingen... Nee, Golgaris Schwingen unterwegs ist... Das ist falsch. Der rote Pöppel bist... ...im Nachbarraum. Hier... Wer sieht mich denn da? Wer sieht mich? Hier. Ist doch keiner da. Oder sieht jemand diesen... Ah, da. Zwischen drin. Okay. Äh, ich... Nimm... Nimm dich mal mit. Du liegst dir ein bisschen zu auffällig. Weg. Ja. Ah, Kühlschrank. Wie gut, dass der leer ist. Da bleibst wenigstens frisch bitte deiner Bestattung, mein Lieber. Ähm, hier kann ich jetzt ungestört schalten und walten. Das wäre die Tür gewesen, die ich hätte aufbrechen können von... Ah, vermutlich von ihm kann ich sie aufschalten, aufklinken, aufmachen. Äh, da ist doch irgendwo ein Datenpunkt. Nehmen. Äh, kann ich nicht. Da fehlt mir irgendwas. Vier von fünf. Ah, hier ist ein Keller. Jetzt kommen wir der Sache des Gefangenen... ... oder mit dem Fall noch... ... doch bestimmt näher. Keller hat auch zahlreiche Räume. Ich weiß aber nicht, ob hier irgendjemand... ... stationiert ist. Äh, irgendwie komisch bin ich. Gerade außen, großer Raum. Ah, ich gucke erst mal um die Ecken. Da, wo es so ein bisschen rot schimmert, könnte der mit jemandem sitzen. Wo ist Macedon, Bro? Wer verhascht deiner Mutter? Gott verdammt! Wer bist du? Was denn? Du Fassel! Wer bist denn du? Moment. Ich will wissen, wer du bist. Das ist alles. Fernseher, nein. Deiner Mutter. Du bist ein Raudi, so. Und du bist ein schöner Typ, den ich befreien soll. Okay, da habe ich dich. Nur ein Raudi? Wäre ja gar nicht so schlimm. Was hast denn du für eine Mädchenstimme? Du Raudi. Ist du wirklich allein? Hältst dich für taff, oder? Das wird sie noch zeigen. Oh Mann, ist das ein Loser. So, du bist gleich dran. Keine Sorge. Ich will erst mal mal gucken, wie ich den hier entsorgen kann. Entscheide dich endlich. Ach Mann, ich muss mit dir reden, ja? Bist du roh? Ja. Das bin ich. Ich soll dich herausholen. Kannst du gehen? Junge, ich habe 34 Kämpfe unter dem Gürtel. Ach, so einer bist du. Du bist nicht mein erstes grün- und blau-Makeover. Gib den Startschuss und ich folge dir. Nur einen Moment, bin gleich wieder da. So. Ich würde diesen Typen gerne... Ich komme nicht mehr aus diesem Dialog raus mit ihm. Schön. Selbst das hier kann ich nicht nehmen. Da können nicht nur rumstehen. Ich hätte den Typen wegziehen müssen. Hätte ich ihn looten können. Messer. Danke. Benutzt. Nein. Da. Nein. Ah, hier. Verhörabschrift lesen. Automatische Abschrift. Unbekannt. Wo steckt Coolidge und Roh drinnen? Und der andere. Wo drinnen? Und er. In deiner Mami. Und der andere. Du bist witzig. Und Roh. Schmerzensschrei. Und der andere. Ich frage dich nochmal. Wo zur Hölle ist er? Und Rochin Won. Warte. Ich muss das eben checken. Yep. Immer noch in deiner Mami. Und der andere. Es reicht. Und Rochin Won schreit und jammert. Und der andere. Nicht mehr so witzig. Reden wir. Wo ist Coolidge? Und lass meine Mutter aus dem Spiel. Und Rochin Won. Okay, okay, okay. Ich rede. Und der andere. Schlau. Also. Und Ro. Jetzt steckt ihr am anderen noch. Und der Typ. Keiner Wichser. Und Rochin Won schreit. Verschmerzen. Also. Ich kann. Ich fuhre auch ein bisschen durch die Gegend. So, so, so. Ich will doch nur dich markieren. Tiger. Wieso kann ich dich nicht markieren? der ist bestimmt noch guter loot in diesem bunker ja und ich möchte den gerne haben das hier scheint ein bisschen geschützt zu sein bist du die kamera ist aus ja sehr gut also komponente komponente fälscher dokumente hier ist ein später lesen ja alles ist erlaubt racy rob the executor makidu kulitz reinkommen wetten gewinnen blut und adrenalin garantiert ihr habt fritten gefuttert hier unten das besonderes war ja gar nicht datenpunkt geht nicht ich kann mal aufräumen ich kann dennoch in den kühlschrank packen dann denke ich war ich hier jetzt überall in diesen räumlichkeiten im keller dann sollten wir jetzt mit ihm uns verdrücken vielleicht kann ich anschließend noch mal hier rein wobei das glaube ich ehrlich gesagt nicht okay dann steh auf zeit abzuhauen bin direkt hinter dir aber wenn wir ärger kriegen kann ich dir nicht helfen nicht in diesem zustand brauchst du nicht dafür werde ich bezahlt dann kriegt hat kein ärger jetzt kann ich bin noch nicht hier und verhör abschrift wo schick kulitz ach so das haben wir gerade schon gelesen brittina jones wagen steht draußen regina denkt mit aber ich werde trotzdem einmal hast du das lesen wir noch nehmen wir noch mit räumen auf soll keiner sagen wir würden und ordnung machen hallo wegwerfen ok ich kann ich nicht hinwerfen ich weiß jetzt typen weg bank so kommt jetzt ich habe es probiert ich durfte nicht ordentlich sein aber auch mit erstmal gut hier waren wir ja ja wir müssen ja nur jetzt die treppe hoch und dann geradeaus so aus der tür und dann irgendwie zum fluchtfahrzeug ist ja gar nicht so schwierig komm schon kommst du bitte komm ich mache uns die tür noch wieder zu hier damit die zukünft niemanden beunruhigt gehen wir ganz normal hier lang ach so davon haben wir noch diesen typ kannst du klettern der typ ist weg naja dann halt nicht komm schon das wäre erledigt mach besser einen abgang erledigen wir das endlich ja machen wir da hinten ist das fluchtauto komm das kriegst du hin eskortiere rot zum fahrzeug des fixers das sollte eigentlich kein problem sein die wache ist reingelaufen um sich dort auszuruhen das ist aber sehr schön vom spiel weil der hätte mir so ein bisschen ärger machen können und dann gibt es gleich ganz viele eddies von regina ich habe mittlerweile meine bankverbindung auf kurzfaltaste na naja ja 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 wenn ihr euch nie wiedersehen würdet niemals du bist echt korrekt lass dich von dieser stadt nicht verschlucken oder sorgt wenigstens dafür dass sie dich nie vergisst also becky dieu heißt eigentlich wacke ich bin beeindruckt das hast du wie ein echter profi erledigt die sind schon unterwegs sehr gut abguck mal das lohnt sich knapp 10.000 9000 street credit hat sich auch erholt und sie hat was sie schreibt ps habt ihr einen wohlverdienten bonus am nächstgelegenen übergabe auf die bau einen bonus naja das wo man es noch kommt hier schaut euch alle gerade das sind tiger klauen denen glaube ich nicht über den weg die kaiser auch ausmerzen theoretisch aber das ist jetzt zu auffällig die hoffen alle aufeinander und ich möchte land gewinnen und theoretisch kann man da noch mal rein wenn man ein bisschen besser hacken kann oder was auch immer ist hier deinen nächstgelegene übergabe oft da kommt schon belohnung doch 50 meter das wird es wohl sein in strauss blut ein paar paar koffeln koffer das ist meine belohnung ein sündfaserrock hier ja da sieht mich jemand was hat sie mir jetzt gegeben leute ich habe doch gerade gesehen dass noch jemand war regina war das ein hinterhalt was hat er mir jetzt gegeben ich habe keine ahnung ich tue nichts keine sorge die regen sich bitte mal wieder ab dankeschön was hat sie mir jetzt gegeben inventar was ist neu rucksack nahrungsmittel hier wand tanz und rahmen und nikola feier und matapeng decaf und all foods meet delight schön und das war's achso ne granatas das hier ist neu so ein scheiß das helft das würde ich nicht haben das ist ärmelfrei weg das hier das ehrlich auf keinen fall jemals anziehen weg und diese diesen ollen mantel auch nicht weg so ja das war's jetzt irgendwie nicht diese weste ach komm was das hier sandivistan neurotransmitter erhöht deinen kritischen schaden um 15% während sandivistan aktiv ist war's was das ich weiß nicht noch ein messer ja das halten wir ja eine waffe die hatten wir vorhin gefunden ein powerscharfschützengewehr sogar ja vielleicht war es dieser neuromod ich habe keine ahnung noch mal eddies waren es nicht naja beim videoscheiden werde ich sehen was sie mir da gegeben hat bevor ich flüchten musste ja und damit ist hier dieser wieso das Ende und weiter mit wie am mittag des x tages in mitte china wahrscheinlich auf dem weg dort zu diesem überfall und dann vielleicht zu einer quest in kabuki geht es dann gleich an beginn vom nächsten teil bis dahin ja 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 ja